Genf. Der in Genf beheimatete Weltklimarat IPCC hat die Aufgabe, den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel regelmäßig in Berichten zusammenzufassen. Auch ich bin an diesen Berichten beteiligt. Ich bin habilitierter Geowissenschaftler und publiziere regelmäßig zum Thema Klimawandel in Fachzeitschriften. Damit erfülle ich die Voraussetzungen, um als Gutachter für den IPCC offiziell tätig zu sein. Meine Gutachtererfahrungen im Zusammenhang mit dem 1,5-Grad-Bericht des IPCC habe ich bereits auf diesem Kanal in einem früheren Video vorgestellt. Viele meiner Kritikpunkte wurden damals einfach ignoriert. War das vielleicht ein Einzelfall? Im September 2019 erschien ein weiterer Sonderbericht des IPCC. Diesmal ging es um die Ozeane und Eislandschaften der Erde, die Kryosphäre. Das Kürzel des Berichts lautet ESROC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Die Begutachtung des ersten und zweiten Berichtsentwurfs fand 2018 statt. Auch bei diesem Bericht war ich wieder als Gutachter mit dabei. Lassen Sie uns also gemeinsam in die Review-Protokolle hineinschauen, die auf der IPCC-Berichtsseite, mittlerweile frei herunterladbar sind. Ozeane und Kryosphäre. Beides sind auch klassische Themen für Paläoklimatologen, also Klimaforscher, die das vorindustrielle Klima der letzten Jahrtausende erforschen. Es ist allgemein anerkannt, dass wir die heutige Klimaentwicklung nur im Kontext des vorindustriellen Klimas verstehen können. Hat es in der Vergangenheit ähnliche Erwärmungsschübe gegeben wie in den letzten 150 Jahren? Oder ist das heutige Geschehen einzigartig, noch nie dagewesen? Nehmen wir zum Beispiel das Schrumpfen der Gletscher. Aus der Literatur ist gut bekannt, dass die Alpengletscher während der mittelalterlichen Wärmeperiode vor 1000 Jahren ähnlich stark schrumpften wie heute. Ab dem 14. Jahrhundert begannen die Gletscher dann wieder stark anzuwachsen. Während der kleinen Eiszeit zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert waren die Alpengletscher so lang wie selten zuvor in den vergangenen 10.000 Jahren. Im Anschluss setzte die moderne Erwärmung ein und die Gletscher schrumpften wieder. Wie geht der IPCC-Spezialbericht zu Ozeanen und Kryosphäre mit dieser gut dokumentierten und für das Verständnis des heutigen Klimawandels unverzichtbaren klimatischen Geschichte um? Kleiner Einschub. Einer der Hauptkritikpunkte am IPCC ist, dass die Struktur der Berichte und die Auswahl der Autoren durch Politiker und nicht allein durch Wissenschaftler bestimmt wird. Hier spielt der sogenannte IPCC-Vorstand, auf Englisch IPCC Bureau, eine wichtige Rolle. Dies ist ein Gremium, das aus 34 Personen besteht. Mit der Auswahl der Autoren entscheidet der Vorstand bereits die inhaltliche Richtung der Berichte. Der IPCC-Vorstand wiederum wird von politischen Vertretern der 195 Mitgliedsstaaten gewählt. Jedes der IPCC-Länder hat dabei eine Stimme. Dies nur als Hintergrundinformation vorab, es wird noch eine Rolle spielen. Schauen wir nun also in die beiden Entwürfe des SROC-Berichts sowie die dazugehörigen Gutachterprotokolle. Bei der Überprüfung des ersten und zweiten Berichtsentwurfs wurde mir schnell klar, dass die Autoren die vorindustrielle Klimavergangenheit systematisch ausgespart haben. Die Beschreibung begann stets am Ende der kleinen Eiszeit um 1850, als hätte es davor kein Klima gegeben. Ich war einigermaßen geschockt. Ein Klimabericht, bei dem das Klima der industriellen Phase nicht in den Kontext der natürlichen, vorindustriellen Klimavariabilität gestellt wurde? Wie kann dann der Leser überhaupt erkennen, inwieweit der heutige Zustand außergewöhnlich ist und sich jenseits eines der bekannten natürlichen Schwankungsbreite des Klimas befindet? Wo immer ich es für fachlich sinnvoll hielt, forderte ich die Berichtsautoren daher in meiner Gutachterstellungnahme dazu auf, die vorindustrielle Klimavergangenheit kurz zu skizzieren, als Kontext für die nachfolgende, gerne detailliertere Darstellung der klimatischen Veränderungen der letzten 150 Jahre. Die Antwort der IPCC-Autoren überraschte mich. Vorschlag abgelehnt, die vorindustriellen Klimaveränderungen gehören nicht zum durch die Regierungen genehmigten Inhalt dieses Abschnitts. Da war sie, die politische Einflussnahme auf den Bericht. Konkret auf die Gletschergeschichte angesprochen, antworten die IPCC-Autoren, Vorschlag abgelehnt, die Paliovereisung liegt außerhalb des Themenspektrums von Kapitel 2. An anderer Stelle schieben die IPCC-Autoren Platzprobleme vor. Berücksichtigt Aufgrund des beschränkt vorhandenen Platzes und der Notwendigkeit, politisch relevante Informationen für die Arbeitsgruppen 1 und 2 zur Verfügung zu stellen, liegt der Schwerpunkt auf dem 20. und 21. Jahrhundert im Gebirgskapitel 2. Zitat Ende. Offenbar möchte man die politischen Entscheider nicht mit dem unbequemen Kontext eines stark schwankenden vorindustriellen Klimas verunsichern. Dabei wäre gerade dies politisch hochrelevant. In einer anderen Antwort heißt es, abgelehnt, dieser Bericht beschränkt sich auf die Zeit nach der vorindustriellen Phase. Dies wurde so im Rahmen der Planung des Berichts beschlossen. Aufgrund von Platzbeschränkungen ist es nicht möglich, die Darstellung auf frühere Zeiträume auszudehnen. Zitat Ende. Auch in der Zusammenfassung möchte man auf keinen Fall über das vorindustrielle Klima berichten. Vorschlag abgelehnt. Wir haben weitere Informationen zum Paläoklima in den Haupttext des Kapitels eingearbeitet, aber wir glauben, dass Informationen dieser Art in der Zusammenfassung nicht benötigt werden. Zitat Ende. Könnte man wenigstens im Bereich häufig gestellte Fragen, Frequently Asked Questions, etwas über das vorindustrielle Klima schreiben? Antwort. Abgelehnt. Die Themen wurden nach einer Befragung von Interessensvertretern und interner Beratung festgelegt. Zitat Ende. Im ersten Entwurf des Berichts schrieben die Autoren über den Columbia Gletscher in Alaska, dass er heute so kurz wie nie in den vergangenen 900 Jahren war. Ich merke an, dass die Gletscher Alaskas kurz davor eine starke Rückzugsphase erlebt hatten. Während der mittelalterlichen Wärmeperiode vor 1000 Jahren waren viele Gletscher in Alaska ähnlich kurz wie heute. Könnte dies vielleicht an dieser Stelle erwähnt werden, frage ich? Immerhin berichtet man doch über die letzten 900 Jahre. Dann könne man doch auch über die letzten 1000 Jahre berichten. Die Antwort der IPCC-Autoren ist bemerkenswert. Vorschlag berücksichtigt. Der Text wurde jetzt geändert. Das Beispiel des Columbia Gletschers wurde jetzt gelöscht. Der Textabschnitt beschränkt sich auf moderne Klimaveränderungen. Zitat Ende. An anderer Stelle schreibt der IPCC über die moderne Gletscherschmelze in den peruanischen Anden, in der Cordillera Blanca. Ich fordere die Autoren auf, den aktuellen Gletscherrückzug in einen vorindustriellen Kontext zu stellen. Zur Zeit der mittelalterlichen Wärmeperiode vor 1000 Jahren zogen sich die Andengletscher stark zurück. Während der nachfolgenden kleinen Eiszeit buxen die Gletscher in den Anden und der Cordillera Blanca stark an. Wäre es nicht sinnvoll, die starken vorindustriellen Schwankungen der peruanischen Gletscher im Bericht darzustellen? Die Antwort? Abgelehnt. Das vorindustrielle Klima liegt außerhalb des Themenspektrums des Kapitels. Zitat Ende. Ich gebe weiterhin zu bedenken, dass das für den Bericht gewählte vorindustrielle Bezugsniveau ungeeignet sei. Der verwendete Zeitraum von 1850 bis 1900 stellt das Ende der kleinen Eiszeit dar, als es ungewöhnlich kalt war. Von einem neutralen Basis oder Nullniveau sollte man doch erwarten, dass es einem Temperaturdurchschnittswert über einen längeren vorindustriellen Zeitraum entspricht. Zum Beispiel die vergangenen 2000 oder 10.000 Jahre. Nebenbei, die Durchschnittstemperatur dieser Zeiträume liegt übrigens deutlich höher als das vom IPCC gewählte Niveau. Und hier geschieht ein kleines Wunder. Die Antwort der IPCC-Autoren lautet Vorschlag notiert. Wir sind uns darüber vollkommen bewusst, dass das Basisniveau des Zeitraums 1850 bis 1900 mangelhaft ist. Jedoch steht die Wahl dieses Bezugsniveaus im SROC-Bericht im Einklang mit dem Verfahren in anderen IPCC-Berichten, dem 5. und 6. Klimazustandsbericht sowie dem Spezialbericht zum 1,5-Grad-Ziel. Wir betonen hier und in den anderen Berichten, dass es sich um einen Kompromiss handelt. Der IPCC nimmt also ein ungeeignetes Bezugsniveau für die moderne Erwärmung, ist sich darüber auch noch im Klaren, möchte den Fehler aber nicht korrigieren, lieber konstant falsch, anstatt den Fehler einzugestehen. Im zweiten Berichtsentwurf schreiben die Autoren etwas sehr Zutreffendes. Klimamodelle müssen an der realen Klimavergangenheit über Paleoklimadaten geeicht werden, um sie zu validieren und zu verbessern. Ich merke in einem Kommentar an, dass dies eine gute Gelegenheit wäre zu ergänzen, dass es an genau dieser Stelle noch große Probleme gäbe. Die Klimamodelle schaffen es nämlich noch immer nicht, die geologisch gut dokumentierte vorindustrielle Klimaentwicklung zu reproduzieren. Die Antwort des IPCC ist erneut bemerkenswert. Einverstanden, aber dieser Satz wurde nun gelöscht. Zitat Ende Eine interessante Art und Weise, wie der IPCC mit unbequemen Fakten umgeht. Problematisches wird entweder von vornherein thematisch ausgeschlossen oder später einfach gelöscht. Bei der Projektion des zukünftig zu erwartenden Meeresspiegels merke ich an, dass der genaue Anstieg nicht nur vom CO2-Emissionsszenario abhängig sei, sondern auch von der CO2-Klimasensitivität. Ich bitte darum, separate Meeresspiegelszenarien für die verschieden stark erwärmenden CO2-Varianten einzuführen. Antwort des IPCC Abgelehnt! Der Absatz wurde nun umgeschrieben und die verschiedenen Prozesse, die zum Meeresspiegelanstieg führen, genauer erläutert. Daher ist es nun nicht mehr notwendig, die Abhängigkeit des Meeresspiegels von der CO2-Klimasensitivität zu ergänzen. Zitat Ende Bleibt abschließend noch die Frage, weshalb die Review-Editors, also die Begutachtungsschiedsrichter des IPCC, hier nicht eingeschritten sind. Ganz offensichtlich wurden zahlreiche wichtige Gutachterhinweise aus fadenscheinigen Gründen ignoriert. Die Lösung dieses Mysteriosums ist zum Glück einfach. Die Review-Editors wurden nämlich genau wie die Autoren ebenfalls vom IPCC-Vorstand ernannt. Und der ist, wie wir bereits wissen, politisch eingesetzt. Begutachtung von Hauptोchan Jetzt Untertitelung des ZDF, 2020